Die Kaiserin Mein lieber Korvor, welch schlechte Karten hat das Schicksal dir gegeben? Die geliebte Kaiserin ist tot und jeder denkt, dass du der Mörder bist. Aber wir wissen, was wirklich passiert ist, nicht wahr? Du willst dein Leben doch nicht unter dem Gejubel der Idioten beenden, die dabei zusehen, wie dein Kopf in den Dreck fällt, oder? Mal sehen, ob wir nicht eine bessere Lösung finden. Und um die Dinge interessanter zu machen, mein Zeichen. Betrachte es als ein Geschenk. An alle Mitglieder der Waffen, ab sofort gilt höchste Alarmbereitschaft. Bleiben Sie wachsam. Verdächtige Personen sind unverzüglich festzunehmen. Achtung Bürger! Auf Anweisung des Lord Regenten und der Stadtsache ist der Zutritt zu verseuchten Gebäuden strengstens untersagt. Erste Anzeichen der Seuche müssen den Behörden umgehend mitgeteilt werden. Der Gesetz des Lord Regenten und des Parlaments sind alle Weinen, sofort zu melden. Hör ich jetzt hier aus. Diese Schmerz. Nein! Bitte! Hör mich stehen! Hör mich. Hör mich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020